Mal. So, jetzt Magul kommt auch wieder gut und unangenehm und perfekt für Marina Hegering. 2-0 Bayern. Man nennt sie nicht nur Marina, sondern auch... Die Flanke kommt gut, Kampfballtor. 2-0 für die Bayern durch Hegering. Die Damen. Schauen die Bayern ganz genau drauf und hier eine zur Stelle mit dem Kopf. Und zwar ist es Marina Hegering, die Verteidigerin.